Was solltest du machen, wenn plötzlich ein Bär vor dir steht? Anfang April geht ein 26-jähriger Mann im Norden von Italien joggen. Er kehrt nicht zurück. Diese Bärin hier hat ihn angegriffen und getötet. Die Wahrscheinlichkeit, dass dir ein Bär begegnet, ist sehr gering, denn Bären sind eigentlich vorsichtig und weichen uns aus. Aber auch in Bayern sind welche unterwegs. Die letzten Spuren gab es vergangene Woche. Das kannst du tun, wenn dir ein Bär über den Weg läuft. Bleibe ruhig, halte Abstand und renn nicht einfach weg. Behalte den Bären im Auge und ziehe dich langsam zurück. Wenn ein Bär sich aufrichtet, ist es nicht unbedingt als Drohung zu verstehen. Bären sind neugierig und wollen die Lage vielleicht einfach besser überblicken. Greift er dich doch an, legt dich flach auf den Bauch, Hände in den Nacken, bleib so, bis der Bär weggeht. In der Regel schnuppert er nur und verschwindet, wenn er sich nicht bedroht fühlt.